Die Rentenerhöhung 2024 kostet jährlich 18,1 Milliarden Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, ich gucke gerade in den Entwurf der Rentenwertbestimmungsverordnung mit Stand vom 19.03.2024. Ich zeige sie Ihnen einfach mal. Ich hoffe, Sie können es gut lesen. Ansonsten mache ich es mal ein bisschen größer. Und zwar ist das der sogenannte Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und zwar zur Verordnung über die Bestimmung des Rentenwertes in der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Bestimmung weiterer Werte zum Juli 2024. Wir nennen sie Rentenwertbestimmungsverordnung 2024. Und da schreibt dann der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber, der Entwurfverfasser, schreibt dann rein die Zielstellung, um was es da eigentlich geht. Neuer Rentenwert zum 1.07.2024 und, und, und. Und dann kommt aber das entscheidende Kriterium. Was kostet denn der ganze Spaß alles? Ja, also wie viel Kohle muss die Rentenversicherung jetzt aufwenden, um die Rentenerhöhung zu finanzieren? Und da haben wir, da die Rentenerhöhung ja zum 1.07.2024 kommt, praktisch zwei Komplexe. Der erste Komplex ist der Zeitraum vom 1.07.2024 bis zum 31.12.2024. Und da kostet uns die Rentenerhöhung 9 Milliarden Euro. Ja, also genau gesagt 9 Milliarden Euro und 61, also 9,061 Milliarden Euro. Eine irrsinnige Zahl. Und zwar sind da enthalten 8,7 Milliarden Euro Kosten der Rentenerhöhung auf die gesetzliche Rentenversicherung, 59 Millionen Euro für dieses Jahr für die Rentenansprüche der Rentnerinnen und Rentner aus der Alterssicherung der Landwirte und 152 Millionen Euro für die gesetzliche Unfallversicherung. Und im Jahr 2025, das ist dann wirklich der Megahammer, sind es doch tatsächlich 18,122 Milliarden Euro, die die gesetzliche Rentenversicherung, die Rentenversicherung der Landwirte, die gesetzliche Unfallversicherung und dann nochmal steuerfinanzierte Erstattung für überführte Ansprüche aus dem Zusatz- und Sonderversorgungssystem der ehemaligen DDR aufzuwenden haben. Das heißt also 1,18 Milliarden Euro kostet uns jährlich diese Rentenerhöhung. Das ist eine Mordsumme. Und jetzt werden Sie wirklich staunen, wo das Geld herkommt. Das Geld kommt von der Rentenversicherung und nicht vom Steuerzahler. Das heißt also die Mehraufwendungen, also nur ein geringer Teil der Mehraufwendungen von 337 Millionen Euro für das Jahr 2024, werden durch den Bund getragen und im Jahr 2025 sind es 675 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, das sind die nackigen Zahlen, was die Rentenerhöhung 20 und 2024 an Kosten direkt verursacht. Letzten Endes zahlt es der Beitragszahler und ich gehe mal auch davon aus, dadurch, dass es sowieso generell Bundeszuschüsse gibt in der gesetzlichen Renten oder für die gesetzliche Rentenversicherung, kommt da auch noch ein bisschen Kohle mit in das System rein. Also meine Damen und Herren, Sie müssen sich da überhaupt keine Sorgen machen. Von Ihnen will niemand etwas. Hier einfach nur mal für die Statistik einfach die Zahlen für die Aufwendungen der Rentenanpassung für das Jahr 2024 und dann weiter in der Folge 2025. Wenn wir im Jahr 2025 auch eine Rentenerhöhung haben sollten, ich hoffe das natürlich sehr, dann packen wir natürlich oben wieder schön etwas drauf. Finanzminister Lindner wird es sicherlich nicht freuen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.